Heute sind wir mal hier am Alexanderplatz und machen mal einen kleinen Jamboree Stimmungstest. Mal gucken, was passiert. Was habt ihr denn eigentlich so im Juni vor? Na, ist doch klar. Roter Zeichen Jamboree. Jedes Jahr. Da kommt nämlich die nächste Truppe, da muss ich ran, da muss ich schnell hin. Moment mal, meiner kleinen Augenblick, wo wollt ihr denn hin? Was ist denn euer Matchplan? Wir wollen zu unserem persönlichen Finale nach Güterborg zum Motorcycle Jamboree. Finale, Altes Lager, Finale, Altes Lager, Finale, Altes Lager, Finale, Altes Lager. Ah, Kika, das ist ja geil, die sehen aus wie Bock aus der Junge hier am Alexanderplatz. Die quatschen jetzt als Nächste an. Mensch, Rocker! Was! Was ein Zufall! Zufall herzieht das nicht. Mario und der Präsident von Schillieskeller. Die haben Altes an der Platz. So was ihr wollt bei Motorcycle Jamboree? Aber sowas wollen. Das ist ja die geilste Barbie in Europa. Kleine Bands, alles da. Clubs, groß, klein. Wie komisch ist auch so. Wir sind immer dabei. Sehr geil! Darf ich mal verlassen? Ich muss mal hier noch rein von den ganzen Zeiten. Ja, ja, ja! Ihr seht, Jamboree scheint ein voller Erfolg zu werden. Die Schnurrung hier am Alex ist auf jeden Fall schon mal bombenmäßig. Also, wir sehen uns da oben jetzt. Und da danke, Kumpel, meine Hände. Komm, Kumpel, Kumpel! Komm, Kumpel, Lageratmooie.